Ich bin Nevin Galmarini, ich bin Profisnowbader, Olympiasieger aus dem Engadin und studiere an der Fernfachhochschule Schweiz. Ich studiere an der FFAS, weil es für mich die einzige Möglichkeit ist, zum Spitzensport und Studium zu verbinden. Ich bin so viel unterwegs an Trainings, an Wettkämpfen auf der ganzen Welt und dank diesem Studienmodell kann ich gleich studieren, kann meine Aufgaben machen, kann Prüfungen schreiben, kann aber trotzdem als Studentenleben zusammen mit meinen Kollegen. Das ich erreichen möchte, ist, um nach der Spitzensportkarriere so einen Job zu finden, der mich genau gleich erfüllt, der mich genau gleich motiviert wie der Spitzensport. Und ich bin überzeugt, dass meine Chancen höher sind, wenn ich eine gute Ausbildung habe. Und genau das ist der Grund, warum ich jetzt an der Fernfachhochschule studiere. Das Studium an der FFAS ist absolut arztunabhängig. Gleichzeitig kann ich meine Dozenten fragen, meine Kollegen. Das Kollaborative ist mega hochgeschrieben. Und bei den Vorlesungen kann ich entweder persönlich vorbeigehen oder mich digital zuschalten.